Musik Ja, wenn sie zu weit übergehen, dann muss sie hinterher. Guck, da ruft sie schon. Wenn sie nicht, dass sie so weit übergehen. Wenn ihr uns anguckt, mit den kleinen Ohren. Ah ja, klein? Ich bin mir hergerannt, da waren wir Beine gleich fertig. Warte, jetzt zu dir. Komm her. Hilfe! Ich weine schon! Hilfe! Jetzt kommen die Kleinen hinterher. Oh, siehst du. Und Flatsch. Wund sie cool. Hier haben wir noch einen schönen Tag. Achtung, Achtung! Hier ist ein super Platz. Ja. Jetzt kommen alle an. Alan! So drauf knoppen. Dann schwimmen sie so. Hier kommen sie rein. Hier kommen sie gut. Hier kommen sie gut. Sie möchte einen Ball holen. Guck mal, der taucht auf. Ich mag auch sehen. Oh, wie süß! Patsch. Jetzt kippt das nur Mama. Ja! Guck mal, du hast einen Ball geholt. Oh, die hat einfach viel Wasser. Mhm. Nein, ihr seht nicht mal alleine. Aber die Eisbärb... Der Eisbärb... Der Eisbärb... Der Eisbärb... Der läuft kurz. Der Eisbärb... Der ist... Der ist... Der hat irgendwas mit Gelbes in die Pfoten. Hey, da ist was! Der ist ein Gelber Ball natürlich! Mäu... 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 Seid ihr zu sehr abschüttelt? Ja nicht, hallo. Hallo! 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 Hat er sich wieder beruhigt? Ja. Ist da die Mutter? Hey, spielen die Verstecken! Oh, was macht ihr denn? Hallo! 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 Hilfe! 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 Herr Wippenblatt! Hier, in der Tasche. Das ist eine Energie, die haben. Wahnsinn. Entschuldigung? Mama ist ausgewandt. Hä? 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 He? Na? Hä? 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 Da schwimmen sie gerade. Ja, bekommst du gleich, ist bei der Omino-Kausse statt, wenn ich mir zur Omino gehen. Was ist denn? Wie viele? Die niedliche? Ja, die kleinen, die niedliche, die am Stirn. Ja, das ist gut. 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 Gehen wir mal. Ja, ne? Ich hab halt die Hälfte. Ich hab halt mal. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich hab hier runter, dann fangen wir das mal an. Schau mal, die tauchen da im Wasser, die Eisbärenbabys. Schau mal, die tauchen, die tauchen, die tauchen. Schau mal, die tauchen, die tauchen, die tauchen, die tauchen, die tauchen. Schau mal, die kneifen sich und kickeln sich und dann schneidet sie, das kann nicht passieren. Schau mal, die Babys springen den ganzen Berg hoch. Schau mal, die Untertitelung des ZDF, 2021 18. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 17. Ich habe es einen schönen Tag, aber ich habe es einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020